Hallo meine Lieben, ich habe einmal ganz tolle Amazon Prime Day Produkte für euch zusammengetragen zu super Preisen. Wenn ihr wissen möchtet, wie ihr da drankommt an diese Special Prices, dann bleibt auf jeden Fall dran und lasst mir gerne auch ein kostenloses Abo da. Zunächst einmal beginne ich mit meinen Lieblingsprodukten von Marka, die Staubabsaugung sowie dieses große bunte Polygel Set habe ich schon einmal für euch getestet. Die Videos sind wie immer verlinkt, schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Videos noch nicht geschaut habt. So, jetzt einmal dazu, wie werde ich Prime Mitglied? Ich selbst bin seit einigen Jahren Prime Mitglied und zahle im Jahr 69 Euro, das heißt unter 6 Euro im Monat. Und ihr habt auch die Möglichkeit, wenn ihr neu seid, das 30 Tage kostenlos zu testen und wenn es euch dann nicht gefällt, könnt ihr das ohne sämtliche Kosten einfach wieder entabonnieren sozusagen. Und ansonsten, wie gesagt, 69 Euro im Jahr, was wirklich nicht viel ist. Wenn man wirklich diese Special Prices eben haben möchte und eben auch viel bestellt, finde ich, ist das eine gute Sache. Schaut am besten mal selbst auf Amazon.de. Da ist alles beschrieben, was dort enthalten ist, wie zum Beispiel auch Gratis-Rückversand, eben diese Special Prices und Gratis-Versand an und für sich. Und auch noch Prime Video ist auch mit dabei. So, und wie ihr jetzt hier gerade sehen konntet, habe ich einige Sets von Mark Hart zusammengetragen, die jetzt vergünstigt angeboten werden. Diese Angebote, alle Special Prices für Prime Mitglieder, das gilt nur noch bis morgen. Also ihr müsst da wirklich schnell zugreifen, wenn ihr da noch was abhaben wollt von dem großen Kuchen. Und ja, ansonsten haben wir hier auch noch Gel-Lacke. Die habe ich selbst noch nicht getestet, aber ich denke, dass sie trotzdem gut sein werden, da die Marke Mark Hart doch eigentlich recht gute Produkte hat. Wer da Erfahrungen mit den Gel-Lacken hat, kann mir das gerne mal in die Kommis schreiben. Dann weiß auch die ganze Community Bescheid. Dann habe ich noch einmal solche Folien-Sets. Die habe ich auch schon getestet. Video dazu auch verlinkt. Dieses Folien-Gel ist einfach der Hammer. Kann ich euch mega ans Herz legen. Ist auch alles unten in der Infobox verlinkt. Schaut da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr die Produkte nachkaufen möchtet. Ansonsten habe ich hier noch einmal diese Glow-in-the-Dark-Poly-Gele. Die sind jetzt nicht von Mark Hart. Dazu ist mein letztes Video. Schaut da auf jeden Fall mal rein, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Die Produkte finde ich so auf den ersten Eindruck auch richtig gut. Ansonsten noch Cat-Eye-Gele und jetzt noch ein bisschen Nail-Eight. Ein paar Schmetterlinge, die wie ich finde immer gut in den Sommer und natürlich auch in den Frühling passen. So in Neonfarben mit so ein bisschen Glitzer-Mix. Dazu werde ich in nächster Zeit natürlich auch noch mal Videos machen. Kann euch die Produkte aber schon mal empfehlen. Jetzt komme ich zu Fräser-Produkten. Fräser-Sets von JC Master. Dazu habe ich euch auch noch was in die Infobox verlinkt. Es gibt nämlich immer 10%. Hier auf Amazon gibt es jetzt aber satte 15% auf diesen Fräser zum Beispiel. Es gibt zwei verschiedene Sets davon. Und noch mal ein Fräser-Bit-Sets. Das habe ich selbst auch schon probiert. Finde ich mega gut. Schaut euch die Videos dazu gerne an. Auch zu diesem Fräser, den es auch in zwei verschiedenen Farben gibt. Und da gibt es auch noch mal tolle Rabatte für euch. Habe ich auch schon alles getestet. Und noch mal ein UV-Lämmchen, das nicht von JC Master ist. So ihr Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis bald meine Süßen. Ciao. 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 Ciao.